Nachdenkseiten Die kritische Website Nachdenkseiten tauchen in einem Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes auf Von Jens Berger Die Nachdenkseiten wurden die zweifelhafte Ehre zuteil in einem Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes namentlich genannt zu werden. Laut den Verfassungsschützern wurden einzelne Inhalte der Nachdenkseiten über ein angeblich russisches Kampagnennetzwerk auf Facebook und X verteilt. Dass es zunächst einmal unspektakulär ist, die Liste der derart unfreiwillig verbreiteten Medien doch lang und reicht vom NDR über Bloomberg und Reuters bis hin zu Springers Wild. Die Autoren des Berichts unterteilen die benutzten Quellen jedoch in drei Gruppen. Fake-Seiten, echte Seiten und echte Seiten, die Nachrichten passend zum russischen Narrativ verbreiten. In die letzte Kategorie wurden neben den Nachdenkseiten auch der Freitag und die Berliner Zeitung einsortiert. Das ist, um es freundlich zu sagen, befremdlich. Wird nun jede unliebsame Kritik an der Bundesregierung als russisches Narrativ gewertet? Um was geht es? Laut FBI und dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz haben unbekannte Akteure von Mai 2023 bis Juli 2024 ein Desinformationsnetzwerk betrieben, dessen Kernaufgabe die Erstellung und Weiterverbreitung von gefälschten Artikeln benannter Nachrichtenportale war. So wurden demnach bekannte Seiten wie spiegel.de mit gefälschten Inhalten nachgebaut und unter der Adresse spiegel.ltd veröffentlicht. Um diese gefälschten Seiten bekannt zu machen, wurde angeblich ein Kampagnentool genutzt, das die Verbreitung der Inhalte über eigens dafür erschaffene Accounts auf Facebook und exkoordiniert und ausgewertet hat. Laut Bayerischem Verfassungsschutz gibt es Indizien dafür, dass die Betreiber dieser Kampagne und die Administrationen der Kampagnentools in Russland sitzen. Ob das alles stimmt, ist für Außenstehende nicht seriös zu sagen. Mir selbst den derlei gefälschten Artikel jedoch zwei- oder dreimal per Zufall auf ex begegnet und auch ich fragte mich damals, wer der Urheber dieser Fälschungen ist. Um diese Teile der von den Verfassungsschützern Doppelgänger getaufte Kampagne soll es hier jedoch nicht gehen. Glaub man dem Bericht, wurde das Kampagnennetzwerk aber auch dafür eingesetzt, Nachrichten zu verbreiten, die ins russische Narrativ passen, also auch Beiträge echter Medien über gesteuerte Accounts auf Facebook und Twitter zu verbreiten. Das betraf dem Bericht zufolge, wie bereits eingangs erwähnt, offenbar auch einzelne Beiträge der Nachdenkseiten sowie zahlreiche andere Medien, die sich redaktionell mal mehr, mal weniger kritisch zu den Themen positioniert haben, die in den wenigen im Bericht genannten Fallbeispielen genannt sind. Und das sind keineswegs nur der Themenkomplex Russland-Ukraine, sondern auch Wirtschaftsthemen und Themen aus dem Umfeld der Parteien AfD und Grüne. Um zum angeblichen russischen Narrativ zurückzukommen, Artikel, die sich beispielsweise kritisch mit der Wirtschaftspolitik, den Grünen oder dem Umgang mit der AfD auseinandergesetzt haben, fallen dann wohl in diese Kategorie. Es wäre an dieser Stelle ja mal interessant zu wissen, ob auch echte Artikel echter Medien, die die stellenweise ja sehr kritischen Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Söder zur Wirtschaftspolitik und den Grünen zum Inhalt hatten, über dieses Kampagnen-Netzwerk verbreitet wurden. Wenn ja, dann wird der bayerische Verfassungsschutz dies sicher verschweigen. Soweit, so gut. Dass einzelne Artikel, die sich in diesem Themenumfeld kritisch geäußert haben, über dieses angebliche Netzwerk verbreitet wurden, ist ja erst einmal nicht sonderlich problematisch. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung wird ja nicht deshalb besser, weil ein angebliches Kampagnen-Netzwerk ein Interesse daran hat, kritische Meinungen dazu zu verbreiten. Und ob Accounts, die beispielsweise Artikel der Nachdenkseiten auf Facebook oder Ex-Verlinken nun echt oder angeblich gefälscht sind, entzieht sich ohnehin unsere Erkenntnis. Inhalte der Nachdenkseiten werden jeden Tag von Hunderten bis Tausenden Nutzern weiterempfohlen und die überwiegende Mehrheit dieser Nutzer sind sie, unsere Leser. Generell dringt sich hier der Verdacht auf, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht werden soll. Über die 14 Monate soll das Netzwerk laut Bericht in 7.983 Kampagnen insgesamt rund 828.000 Klicks generiert haben, die sich auf mehr als 700 Zielseiten verteilen. Zieht man die 2.995 im Bericht spezifizierten Kampagnen für die Doppelgängerseiten ab, kommt man auf etwas mehr als 5.400 Kampagnen und auf rund 780 auf diese Art und Weise generierte Klicks pro Zielseite. Und dies in 14 Monaten. Um das einmal ins Verhältnis zu setzen. An normalen Tagen haben die Nachdenkseiten 300.000 bis 400.000 Besucher. Die Zahl der Klicks messen wir erst gar nicht erst. Rein statistisch kamen also im genannten Zeitraum zwei dieser Besucher pro Tag über das untersuchte Kampagnennetzwerk. Dass wir das noch nicht einmal bemerkt haben, wird wohl niemanden wundern. Das wird aber für fast alle der mehr als 700 Zielseiten gelten, die die Verfassungsschützer ausgemacht haben. Ist das also alles ein Sturm im Wasserglas? Nein. Denn es ist schon erstaunlich, dass Seiten wie Nachdenkseiten der Freitag oder die Berliner Zeitung dennoch im Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes namentlich genannt werden. Und noch erstaunlicher ist es, dass die Autoren des Berichts für diese Medien eine spezielle Kategorie eingeführt haben. Diese Einordnung kann man nur als Kampagne gegen kritische Medien wie die Nachdenkseiten bewerten. Es gibt offenbar für die Verfassungsschützer gute und böse Kritik. Der Welt wird beispielsweise unterstellt, dass deren gute Kritik aus dem Kontext gerissen und für die Desinformationskampagne eingesetzt wurde, während unsere böse Kritik ja anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ passt. Das ist nicht nur eine haltlose Unterstellung, die zudem rein subjektiv von den Autoren vorgenommen wurde, sondern auch eine Steilvorlage für die üblichen Verdächtigen. So wurde beispielsweise der ohnehin sehr einseitige und manipulative Wikipedia-Eintrag über die Nachdenkseiten bereits mit folgendem Passus ergänzt. Laut einer Analyse des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz für den Zeitraum von Mai 2023 bis Juli 2024 zählt das Blog Nachdenkseiten zu den einschlägigen Medien, die im Rahmen der russischen Auslandspropaganda Narrative des Kremls verbreiten, die die westlichen Gesellschaften spalten und den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen. Zitat Ende Überflüssig zu erwähnen, dass diese Aussage so nicht stimmt und so auch gar nicht im Bericht der Verfassungsschützer steht. Von einem Verbreiten irgendwelcher Narrative im Rahmen einer russischen Auslandspropaganda ist im Bericht beispielsweise gar nicht die Rede, würde dies doch unterstellen, dass hier eine Koordination vorliegt, was selbstverständlich Unsinn ist. Ebenso großer Unsinn ist freilich, dass wir die westlichen Gesellschaften spalten wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Ist es nicht eher so, dass diejenigen die berechtigte Kritik unterbinden wollen, indem sie sie als russisches Narrativbrandmarken die Gesellschaft spalten wollen? Als kritisches journalistisches Medium sehen wir es selbstverständlich als unsere Aufgabe an, die Arbeit der Bundesregierung dort kritisch zu kommentieren, wo Kritik notwendig ist. Gerade bei den Themen komplexen Krieg und Frieden Russland und Ukraine gibt es zahlreiche Punkte, die man in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlich kritisch debattieren sollte. Positionen, die vielleicht den Narrativen der Bundesregierung und eines Großteils der Leitartikler widersprechen, reflexhaft als russisches Narrativ einzuordnen und somit vom Diskurs ausschließen zu wollen, empfinden wir hingegen als zutiefst undemokratisch. Es ist leider zu erwarten, dass auch andere Kritiker der Nachdenkseiten diesen Bericht auf manipulative Art und Weise nutzen werden. Seien Sie also bitte auf der Hut und informieren Sie uns gerne, wenn Sie auf derlei Meinungsmache stoßen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.